In diesem Video wirst du auf die Probe gestellt. Bist du empfänglich für ASMR? Oder vielleicht auch nicht? Das finden wir gleich heraus. Folgt mir auf all meinen Social Media Kanälen, OnlyFans und Patreon. Aber ganz wichtig, neue Info. Ich habe ein Community Discord, wo ich jeden Abend, ich persönlich, mit euch spiele, spreche und schnacke. Schickt die Info aus. Ich bin heute Abend da. Lass uns schnacken und gemeinsam was spielen. Aber ich würde sagen, lass den Test beginnen. Und herzlich willkommen zu deinem persönlichen A-F-M-A-R. Test. Wir werden beide jetzt gleich verschiedene Trigger ausprobieren. Und gemeinsam schauen, ob du empfänglich für ASMR bist. Und wenn ja, für welche Trigger? Welche Trigger lösen bei dir... Enorme Gänsehaut aus. Welche machen dich müde? Oder gar aggressiv? Wir werden das jetzt testen. Ich fange mit Standard-Trigger an. Setz dich hin ganz entspannt. Nimm gerne Kopfhörer in deine Öhrchen, damit du das volle Feeling spüren kannst, ist aber kein Muss. Okay, lass dich drauf ein und ich würde sagen, let's go mit Trigger 1. So, shhhh, shhhh. Tapping, tapping, tapping. Ein Rutsch, don't try your eyes. Es geht auch ein bisschen langsamer. Es ist ein bisschen schneller. Und auch fester. Das ist die andere Seite. Schreib mir auf jeden Fall in die Kommentare, welche Trigger bei dir geklappt haben und welche nicht. Ja, und welches Video dir als nächstes wünscht. Und Kanal abonnieren, eine Bewertung nachlassen. Genieß. Redaktion Julian Okay, next one. Brushing darf natürlich nicht fehlen. Und es gibt verschiedene Formen von Brushing und wir finden jetzt heraus, welche Form dir am besten gefällt. Fangen wir an mit dem Standard-Brushing. Brushing darf natürlich nicht fehlen. Aber du kannst es auch anders machen und zwar hierfür benutzen. Und da kommen wir auch schon zu dem dritten Personal Attention. Visuelle Trigger, die ja meine Favorites mit sind. Ich liebe visuelle Trigger und die lösen die meisten Tingles bei mir aus. Wir probieren. Ich liebe es. blabla 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 bl ja, ja Und das geht natürlich nicht nur mit dem Bind, das geht natürlich mit allem. L-L-L-L-L-L-L L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L Deutsche CSUNE Tipp, 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 Tipp. Das war eine Art Personal Intention. Schrägstrich, wieso eine Dinge? Kommen wir zum nächsten, und zwar was viele richtig gut finden. Und das sind Mouthhounds. Ich mag sie mittlerweile auch, wie ihr wisst, damals nicht so, aber mittlerweile mag ich sie. Schreib mir mal jetzt in die Kommentare ein rotes Herz rein, wenn du dich noch daran erinnern kannst, dass ich Mouthhounds nicht so gerne mochte. Und dafür mache ich mir nochmal extra glossy. Passt auf. Und da gibt es auch verschiedene Formen. Es gibt einmal die Mouthhounds, die so ein bisschen eher so... Wir machen das jetzt. Klick, Klick... Ulach! Drcko, gurrucke. Drcko, divulge. Drcko, divulge. Drcko tip, 식으로. Tup, tup, tup. Aber jetzt kommt die Maul, die ich am liebsten mag, die auch so ein bisschen specialier sind. Das sind die... Das sind die Maul, das ist die Maul. Das mag ich halt lieber, weil das ist halt so ultra. Ja, kann man schon erklären. Okay, kommen wir zum nächsten. Fluffy sounds. So. Hm. 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 Wenn ich da ein kleines Kindlein touchen und über deine Haarströche. Einfach entspannend. Okay. Okay. Ich type hier heraus. Ein bisschen Massage. Next one. Das needs to fit sein. Scrunchy. Exactly not scrunchy, yeah. Nice. One second is scrunchy. Scrinkle, scrinkle, scrinkle. So, crinkle sounds. Crinkle. Now, I'm gonna find you on the show. Okay, now in my father, we're gonna lay my head with a dog. You can be able to lay my head with a dog. You can see me or you wanna lay my head with a dog. Slurp little 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 with a dog. It does not get my head with a dog. Bis zum nächsten Mal. Aber ich liebe das ja noch. 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 Du kannst auch mit Handy rein. Seid gespannt. Und checkt auf meinem No-Talking-Kanal mein neues Video ab mit Only Mouths. Und ich würde sagen, bis dann, ihr Süßen. Ich liebe das ja noch.